ja und willkommen mein name ist da die röpe und ich bin mir zu mario maas doch ja es ist lange lange her wir haben am letzten mal bei boah island abgeschlossen ja schau ich hier sehen wir noch ein netzbahn war jetzt die man ja dann hier ab und hier weg da müssen wir als nächstes du hast du hast du hattest du dich die koordinaten schon eingegeben ja direkt dahin wollen aber weiß ich nicht ich glaube nicht wir sind halt erstmal mal gucken welcher ist da 1870 meter das ist so so als würden wir unseren navi widersprechen da müssen wir ich fange mal wieder an ein paar fische zu angeln wir sind jedoch echt leer gelaufen und oh mein gott ist es so fucking dunkel und dann regnet es auch noch geht nur mal so ungefähr in die richtung ich habe was anderes gefangen als ein fisch erst mal wieder materialien als kunststoff damit was wir alles schon wieder brauchen wir uns jetzt erst mal treiben ja lassen wir uns erst mal treiben weil guck mal da da kommt schon das nächste kommt schon palmblätter und kunststoff was ich gerade nicht einsam machen kann aber jetzt ich möchte erstmal dieses ein ding erstellen und wir da gefunden haben das rezept bio bio kraftstoff tank ach so ja könnte ich machen aber haben wir im moment noch nicht deswegen müssen wir erstmal wieder fahren ja wir haben nichts weil wir das weiß ja bei einem part ja verloren haben könnte glaube ich schon herstellen aber was warten wir erstmal ja bitte wir haben ein bisschen kunststoff wir haben genau 25 kunststoff so viel brauchen wir nämlich dafür so verbrauchen wir ja weil wir wir treiben gerade auch so ein bisschen lud hinzu sehr gut werde ich auch schon dabei hier ordentlich ein zusammen ja genau was ich aufwarte ja also was dagegen wenn ich die ganzen tier kopieren diese zwei in der erste etage reinpackt wo noch gar nichts ist kannst du ruhig machen so neben unserem bude aber im lager glaube ich wir haben ein bisschen mehr platz hier doch natürlich auch wieder die gleichen namen geben ja damit war was in dem raum haben ja mein bro da kommt blut auf uns zu blut ist gut so in form von fässern noch mehr fässern noch eins kunststoff einmal schrotten zwei planken ich habe mal wieder zu große ansprüche ist das zu glauben nehmen wir einfach alles mit was du finden kannst ja musst du auch erst mal hier ein paar tale stellen vom floß reparieren weil ich glaube glaube dass hier auch etwas passiert ist als wir die ganze zeit auf der insel waren ja ja der hat sich so gedacht so die super wo das weg da kann ich mich ja jetzt bedienen ja ich habe es gerade drei fässer eingesammelt also und stoff mehl mäßig stehe ich wieder etwas besser da ich nutze es natürlich auch um die kahlen stellen hier wieder zu reparieren dann weil diese unordnung gehe gar nicht nicht aber ich zulassen den hier hin die bäume müssen auch mal irgendwann irgendwo anders hinpacken damit sie nicht hören nicht in nicht in unsere wand rein glitschen ich wollte nämlich sagen sagen dass sie mich teilweise doch ein bisschen gruselig aus aus ich meine wäre wer will bitte bitte aufwachen und hat erstmal so ein riesiges blatt im gesicht vielleicht jemand aus dem kommen aus den kommentaren vielleicht ich habe schon wieder knapp an nur ein mal ein blatt ein bisschen beschäftigt ich bin gerade ein bisschen beschäftigt habe ich nur ein holz und solchen dagegen machen ich habe auch noch ein holz ja ich bin genauso machtlos wie du wir müssen wir müssen unbedingt wieder kleine inseln finden oder aus dem ist mein haken gleich kaputt ich bin gespannt wollen wir sehen wach sind schwein schreihals ja ich habe es auch gehört ich habe eine rübe gefunden diese rüber die die welchen welchen wir ein verleiben wie gesagt mein haken ist gleich hinüber muss man einen neuen machen kann kann ich sogar ja ein aus und zwar ein aus plastik ich habe hier einen ball und aus was ist der aus plastik glaube ich sehe da hinten was gut da kann aber noch nicht die neue insel sein nein das kann das kann überhaupt nicht die neue insel sein da ganz hinten ist ein kleines fluss ich berichten seite ja glaube das ist auch das was ich gerade sehe die sonne ja es ist ein floss die sonne geht gerade auf und ich sehe sie da noch eine insel ganz links von uns so mein gott ist ja gar nichts angepflanzt warum willst du rüben wir sind kartoffel esser und links wir klingen rüben geil noch mal ich muss wieder anfangen zu fischen dann hier und kannst du etwas nach rechts steuern immer nach rechts lenken nach rechts lenken weil da ist das fluss ich nehme jetzt kommen wir ja ja ok stopp langenehmer also auch herr begehend akala was du hat da nicht du an ihr den zeug einsam wird hier vorbeipflegt wie die kiste ich springe auf geht's auf die kleine insel ja noch hin und alles ja also gelohnt hat sich hört sich das nicht wirklich weil weißt du was ich bekommen habe was drei steine einmal schrott und einen bolzen das ist nichts aber glaube ich schon in der kiste hätte ich gerade eingesagt habe mehr drin ja aber ich tue den bolzen machen mal in unsere kiste rein ja sowieso die steine kann ich ja erstmal mal in unseren in unsere müllpresse stecken da links ist sie ja und wir steuern nicht genau darauf zu da bist du ja nur zum schmelzen exklusive pulver muss man auch noch mal schmelzen nein das exklusive pulver muss nicht geschmolzen werden ich habe ich habe gehört dass das rené eingelegt hat wir sagen so aus ohne kontext musik an scheiße ich will durste dann ihre also ich glaube ich glaube ich sehe ein licht es wird immer heller es kommt auf mich zu es ist doch schön mit euch wenn wir was davon mit mein souvenir wird ist doch krank ich versuche gerade in ruhe zu sterben ja wirklich wir fahren an der insel vorbei moment jetzt wird es mal zeit dass der master mal mal hand anlegt ok sind wir auf kurs ja weiter jetzt ein bisschen nach rechts ja perfekt ok mit dem kunststoff man 44 kunststoff sehr gut ausgezeichnet dann muss man da bauen wir irgendwie immer meisten ja irgendwie schon jetzt noch mal ein bisschen fleisch übrigens fische sind fertig und welt zufällig gerade hunger ja dann nehmen wir einen welt da ist einer nicht für dich bereit auf dem grill das ist jetzt habe ich jetzt habe ich ihn dir abgenommen tschuldigung ich habe doch ach so du hast du hast ihn doch ich dachte ich hätte den jetzt für sie nicht genommen dann habe ich nichts gesagt habe ich dann voll weggefahren aber ich bin immer noch nicht sagt warum brauchst du noch ein fisch ja ich bin fast voll naja ich kann dir beiden geben also ich bin voll unser holzgäste wird wieder voll naja obwohl holzgäste aber eigentlich auch ich habe auch gar keine axt ich gerade nein stimmt nein ich habe ja auch keine was ist das für ne musik was ist das für ne musik willst du doch noch irgendwie dein talent als sänger finden oder sagst du auf keinen fall achst dann brauchen wir dafür schrott und ein bolzen zwei schrott ein bolzen wollte gerade bekommt ja ein ein bolzen habe ich gefunden wir haben noch sieben metall bahn geht zwar mal schrott ich fange mal wieder an hier ein paar blumen zu pflanzen aber ich glaube weil ohne blumen und kriegten glaube ich unsere bündchen nicht raus aber wir haben nicht mehr so viele blumen kann sein nein da sind zwei flügel gerade weg geflogen es ist es nicht wirklich daran ja klar bienen brauchen brauchen wollen die brauchen ja die brauchen ja irgendwas aber wir haben ja keine blumen und samen ja ich habe die ich habe die letzten gerade eingesetzt blumen und was wir alles wieder machen müssen so muss ich hier loswerden ich habe auch noch ein fisch hier drin und jetzt nicht auf dem grill ich werde für mich hier noch auf jeden fall hier so schönes geht das jetzt ja kann man die bäume denn noch hin pflanzen irgendwo im zweiten stopp ich war und aus dem jetzt weiß ich gerade nicht mehr wo die insel ist ich glaube wir haben sie wirklich verloren wir sind schon wieder ich weiß es doch nicht ich kann wieder oh mein gott nein hilfe was was hier hilfe scheiß ich kümmer mich jetzt mal eben um die tiere ich möchte gerne das einnehmen danke so na wir machen mal das so klingt oh nein meine schere ist kaputt es sind die sonja rein und wieder wasser auffüllen für die tiere weil wir müssen uns darum jack mehr tiere lassen echt den kopf hängen ich habe keinen gründen für naja und die blumen wachsen schon wieder und ich habe schon wieder honig warben so müssen zwei stück und schon wieder passen auf hier hin oder komm ja stimm ich hier machen wir heute da rein ich habe nur seile die ich loswerden muss bitte 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 was ist das für eine musik ich mach mich ein bisschen wahnsinnig oh mein gott jetzt kommen sie sogar schon im doppelpack ja habe ich auch bei bäumen sind jetzt im zweiten stockwerk ja so lange wir immer noch an das schiffsrad kommen ist das kein problem ja ja klar so dann was gibt mir wasser er gibt mir ja haben sich auch die haben sich die kiste oder einpacken sich gerade ne d d die essent ist auch schon gegeben begossen was gezeichnet ok rüben haben wir schon wieder mehr als genug wir haben nicht nur platz mit zwei rüben wir müssen uns wieder darauf konzentrieren was wir eigentlich sind wir hatten so viele was soll ich da machen werden sie so viele so viele wir haben so einen hoher ja macht euch was hätte dein garten das ist ein baumgarten und das da unten ist meine mein pflanzengarten in die olga das ist es ist am richter nicht ja ich weiß ich muss auch nicht pflanzen ich habe einen schrotzacken gefunden wo ich den her habe oh man das wird er ist halt wirklich echt gerade zum kotzen wie ist der kurs muss jetzt nicht egal es ist gerade nicht das schlimmste der hei was hier schon gelesen hast ein ab und wir werden ja man nicht gewissert durch den regen ich könnte es vielleicht sein dass das deine brücke darüber etwas damit zu tun haben könnte ich glaube es wird langsam seit sich vor von der stairway to heaven zu verabschieden was aber erstmal da wir brauchen wir die nächste insel und dies weg was nur nicht nach oben gucken dann sieht das nicht merkwürdig aus was ich sehe auch wenn wir auf den inseln sind dann immer und auf los ist ja gut hast ja recht da aber machen können wir es wieder mal ein paar suchen wir machen monokton ach so du meinst du meinst schalen naja ja 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 ich angele noch ein bisschen ich muss ja wählen einer muss ja das mittagessen nach hause bringen kurbus nutze ich bin aber auch voll viel ich komme jetzt immer zu zweit ja wir brauchen unbedingt ich war unbedingt wieder feile ja ich auch warte moment wie wie konnte man noch mal pfeile machen das ist gar nicht mal so schwer grundstoff planken und stein warte mal haben wir alles da immer mal eben welche schipper dahin in mein bro ich habe jetzt mal wieder zwölf pfeile hergestellt das heißt wir können wieder nach vögeln jagen und kumpfer bahn ist fertig jetzt müssen wir ja genug haben für das eine dinge biocraft tank schrott zwei bolzen zwei bolzen genau sechs planken 20 erzählen kunststoff 25 20 lager aber ich zwei bolzen da tut ein w dabei weißt du warte ich es ist einfach das ei es ist mit schale kommt wir gehen am strand tut du du wie sieht denn das aus der teil da ist so ein rohr dran das so ein rohr dran was ist denn überhaupt hingestellt aber gar nicht sehen die vorschau im moment benötigt biokraftstoff dann nehme ich mal man kann da rein füllen und dann kannst du damit alle dinge befüllen dann muss sie aber mit rohre mit rohren er so verbinden wahrscheinlich ich habe nämlich schon so ein plan wie ich das mache dann ihre hat einen plan freunde das kann was wer herren wenn der dann ihre einen plan hat der sitzt den auch durch dafür müsste ich aber alle motoren ich habe geplant alle motoren ganz hinten und bei uns am fluss hinter unserer farben zu packen hinter unserer farm damit wenn ich immer hier so alle motor anstellen links alle motor anstellen rechts ist ein bisschen lernt deswegen ich die alle so an ein ort packen ja dann die ganzen dinge irgendwo auch dahin platzieren da kann man die rohre das ist ja das ist schlecht weil wenn ich jetzt die ganzen rohre platzieren ist hier dann ist das ganze floß rum sind die überall hier am boden da müsste ich wir sind hier in der nähe von unserem lager und überall ich kann mir ich könnte mir vorstellen ein bisschen nervig dann ja wenn ihr überall rohre verlegt sind also hast du hast danke schon gesetzt warum gehen wir da rechts müssen nach rechts 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 nur gott ja ja komm bleiben wir stehen ich mache meinen so so schlimm kannst du jetzt nicht sein nein es ist eine kleine kleine insel nehmen wir trinken ich muss mein taucher ich habe meine russer mein schrank eingepackt meinst du da habe ich ja auch wo sind der taucher noch mal hast du dein einer dürfte im schrank sein mein ich habe gerade die einmal aus meiner ist im schrank weil es im schrank aber ich brauche in den momenten nicht mal sehen blöden fücher wir sind schon wieder zu zweit die kommen jetzt in einem doppelpack mal schlafen gehen wir sehen können ja machen wir sofort lassen sich eben die ernte einsammeln und eben wegschmeyer und wegschmeißen sei schon weglegen ich habe mich auch vor diese zweier hören diese zweier bete hier durch ja ich nur noch durch vierer bete zu ersetzen das ist schon tag es ist schon tag okay den schatten von seinem floß annehmen dieser schatten ja dieser schatten hatten hatten das ist ein zeichen unserer ins unseres flosses du weißt was ich meine dann schauen wir uns doch mal auf der insel mal sehen ob wir was du da finden ich versuche mal alles einzusammeln war wenn ich so kriegen kann wenn ich hier irgendwo welche auch irgendwo ein anschluss finde ich glaube ich habe ihn gefunden ja ich habe ihn gefunden doch bitte ein paar blumensamen einsamen ja ich habe ich habe hier weiße blumen habe ich gelbe blumen ich habe aber keine axt dabei so eine scheiße okay dann mache ich da gleich unter wasser und noch mehr teil der zu da irgendwie so weit aber ich bin gerade nicht ich habe wasser belohnen gefunden rote blumen noch mehr wasser melonen noch mehr wasser melonen noch mehr rote blumen wenn blaue blumen noch mehr blaue blumen alles mit schwarze blumen noch mehr schwarze blumen ausgezeichnet ich sehe den tang und ich nehme mir den hier die ihren diese tollen waschen waschbrück bauchmuskeln und dann noch dieser tolle tank der decker strotzt hier gerade zuvor gesundheit nichts im moment nicht ich nehme ich nehme mal den bienen den holig ab ab und jetzt fange ich wieder an hier neue blumen zu zum machen ton ausgezeichnet aber auch der form alles mit hier rote ich muss du nicht mussten platz schaffen nein nicht rote blumen blaue samen gelbe samen weiße samen mensch war zusammen aussehen irgendwie nicht schon lange immer geredet sein getötet irgendwann macht nein ich lege ich mich doch jetzt nicht mit mei ja nicht ja ich habe keine metallsperre hat gehört dass wir auf der anderen insel angestellt haben danach braucht er sich nicht mehr meinst du ja mit herz da kommt da kommt da gerade oh mein gott nein du bist du bist du mit drei metallärzte ein bisschen schrott einfach alles mit steine ton sand ja ich habe auch alle blumen eingesammelt die ich erfinden konnte aber ich muss jetzt erstmal warten bis wieder ihr fucking tricks möwen die fangen will ich an unsere blumen zu fressen die haben wir alle unsere blumen die mal weggefuttert irgendwann ja die haben unsere blumen weggefressen ja unsere er vernichtet und so im boden vergiftung und zu uns die solche ins haus gebucht ja der wirklich so geiler satz er schuldet mir geld er hat mich gezwungen ansteig zu arbeiten na und mich alle sauber ertränkt ich bin ja ist weil im müssen dann immer noch sind wir müssen dann immer noch sagen der kerl ist tot gewesen ja ja es wurde getötet ja er den getötet beziehungsweise kumpel blase hatte getötet ist so eine kohle unter wasser ohne kleine kiste war nicht schlecht wirklich ja ja da ist jetzt nichts besonderes hier ist nur so eine kleine höhle in der kiste ein bisschen zeugs ok aber cool so lange du die eingesammelt hast naja hat wenn du das sagst dass dann das doch nichts mehr war jetzt habe ich keine wirkliche schrott hatten wirklich was sagen ich werde mir mal eben eine axt bauen und dann kann ich noch eben ich kann die bäume ich habe sowieso keine kann man ja unter wasser ein bisschen ich habe keinen schrott haken mehr was ich kann dir meinen geben können oder zumindest den plastikkarten geben aber kommen erst mal wieder zurück warte ich würde die dinge abholzen ich habe den plastikkarten mal in die ruhe gelegt wo die palmblätter drin sind wenn du dann sammle ich so nicht nur eben so viel schrott wir am strand ja man aber noch lobe aber ich bin voll aber meine ich die mann und die sahen nicht die ich habe sie schon wieder eingesetzt mir die planke okay ja okay ich komme zurück mit voll da wo geht wo ist in unser fluss ach da muss nur ein paar oben gehen dann habe ich das gesehen ja nein 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 nicht der hype bin ich da oh mein gott nicht der hake ich lauf an der wand da kann er mich da kann er mich nie da kann er mich niemals kriegen ich bin sonic ich kann an der wand laufen kannst du auch an der wand laufen natürlich trinken immerhin immer ich bin mir sehe da das ja schon längst gesehen das war was ich die ganze zeit spiele sonic hier dieses channel ja so dann hier wo bist du ist auf dem floß kannst du mich sehen hat er auch die stelle von keanu reeves näher hat er nicht hatte ich bin am pflanzen er hat getrunken blöden fischer ich habe die gerade jetzt angefühlt da kommt schon erst so viel direkt ja ich habe sie gesehen da fliegen sie gerade eine sekunde nein so plötzlich mein ding kaputt und zwar ist es kaputt meine speer ja scheiß doch ich es die wasser melo hol ist weg schrotten beim wetter das der garten so wiese der wiese nimmt nimmt den plastik haben ich habe ich habe sogar auch noch einen roten samen gefunden ja ich habe ein paar dann lehne planze doch noch einer mit 9 höchst blumenbeet haben blumen bild das stimmt stimmt die bäume sind jetzt oben alter spiel wir kommen vom kurs ab wir müssen die ladung abwerfen es ist ein wunder ein hoch auf die magische mies muschel magische mies muschel meinen sie sowas das nächste ton um rein da nein ich meine suppen möchte ich so wieder soviel zeug sein soll ja eigentlich wir haben wieder zeug ja gut okay ich meine ganz so viel ist es jetzt nicht schwarz habe ich noch kokosnüsse kommen da rein ja natürlich auch noch eben die palmblätter rein weil die steine rein damit obwohl vielleicht hätte ich die stelle da nicht rein tun soll weil jetzt haben wir keine mehr wir haben keine steine weil der wacht steine gefunden was ist das für eine musik ist keine musik wollen wir noch mal die muscheln gepackt meine ahnung gott hat denn alles gefunden da unten naja es gibt nicht doch ein bisschen ja ich komme diese von hier aus kann man sogar die höhle sehen ja habe ich mich vorhin nämlich gewundert wissen du gerade ja hinter links links hinter dir auch wenn kommt da ich sehe ich schon gerade herum schiffst mir an der insel da man konnte ja so ein bisschen die höhle sehen deswegen habe ich mich so gewundert so war es denn da habe ich sie gefunden und da war eine kiste mit genau war da kommt der high und er hat mich gesehen hat er hat mich nicht erwischt aber was ich ich gebe bei der nächsten nächsten sege auch wie auf schatzsuche so wie toni metallerz wirklich und ernt ist fertig ich muss kartoffeln und rüben werden wieso wieder schon wieder rüben ich habe von eingepflanzt da waren auch rüben dabei ja ich muss zurück zur insel weil der high bringt mich um aber ja ich muss doch ja geht zurück zur insel wenn fast geht zurück zur insel noch hier oben da war weißt du wofür ich die beiden rüben noch verwende wenn ihr bereits rohkost machen ja das wird es ja ich hab da schon alles gelootet ich habe nur einen dritten hp wenn ich noch einmal erwartet wird dann ja 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 war war warte da oben um hey da die roh hallo hallo ich komme jetzt einfach muss ich mich retten weil ich sterbe du schaffst es du schaffst es das ist geschafft jetzt pflanze ich wieder neue kartoffeln weitergehen von unserer insel ja man sagt jetzt die nach unten sind hat er acht beteilbare tiens ja ich bin eben etwas etwas wasser gegessen und anker gelichtet natürlich mal gehen wir dann lassen wir uns wieder treiben ja unsere bäume sind auffällig da ganz hinten in der ferne sehe ich wieder lud denn der lud tut gut so die pflanzen sind begossen klanken gleich nicht stärker hat 99 bio kraftstoffe für den honig und so sachen ja genau honig und rohkost wir uns ja eigentlich wir gehen uns ja eigentlich nie die saab aus über kommt immer weniger samen wenn wir alle dinge abholzen irgendwie müssten wir uns brauche so viel kunststoff ja so ausgehen eigentlich theoretisch ja wir müssen hier auf jeden fall blumen haben damit die bienen hier auch mehr holig ablegen das ist umfasst gewesen nämlich mehr und zwar hier oder ist vorbeigeschworen wie kann es wagen da ist geschmolzen er stimmt mein haken ist kaputt gegangen aber ich habe ja noch einen zweiten den ich irgendwie gefunden habe so brauchte ich wasser genau zum pflanzen der bäume da kommt da kommt ein fass da kommt ein fass kommen her du fasst es ja nicht zu fassen hier diese musik macht mich doch mein gott macht mich krill ist eigentlich die gleiche musik ich habe ja noch verschiedene musik ja ich höre ich höre auch verschiebten da sind alle halt alle gleich scheiße na du mit stück nein ob wir für nur dann kommt ja ich weiß auch dass wir es halt die titan bahn dafür nutzen können damit wir uns sehr viel bessere netze machen können ich habe glaube ich auch gesehen dass man titan waren auch mit metalldetektor finden kann da muss man aber tiefer unter ja ich glaube wir müssen zum einen tiefer runter und ich glaube dafür mit auch noch mehr neue sachen bekommen müssen wir glaube ich auch die nächsten inseln finden naja machen wir ja mehr oder weniger ja mehr oder weniger so wie kunststoffe der ganzen netzen so wir benutzen motoren er ist sowieso gerade nicht deswegen muss ich sie gleich mal auch hinpacken ja lass lass die motor noch erstmal aus bis ich einen neuen kraftstoff produziert produziert habe na ich will erstmal unsere reiten kommt eine insel auf der richtigen seite ja ich wollte ich auch jetzt sagen aber erstmal muss ich ein bisschen hat los erweitern hinter uns und ich habe diese musik wie eine kleine insel es scheint eine kleine insel zu sein wo er sich nur noch als wir unsere erste insel gefunden haben ja ich auch irgendwie nicht mehr aber aber wir waren so excited we just can't hide it ja 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 wir waren an ihnen sind vorbei da wollen wir doch mal sehen moment so warte moment jetzt reicht jetzt leicht so der feine daneben oder so jetzt reicht der andere lebt aber noch ich habe beide getroffen ich sehe nicht sehen ich sehe ich sehe jetzt reicht so so jetzt leicht zu den kunststoff von der heavy metal musik der rad am laufen ich habe nicht so viel ahnung davon und aber ja scheiße ich verdurste ich sehe ich sehe schon wieder ich sehe schon wieder ein licht schon wieder vorbeilaufen schon wieder immer heller recht zu stück okay so ich bin nicht mehr durstig ich lebe wieder ich lebe ich komme nicht an diese kiste ran ich sehe schon wieder ich sehe schon wieder ein licht anker werfen du bist ja du bist heute echt dabei monat zeugs hier ich muss verhungern erst ein paar kartoffeln haben wir auch genug ja ich weiß gerade welche auf dem grill heute mal hier räume mit blumen ja ich habe ich habe gerade die gleichkeit gegessen so kleinen kleines bischchen mal sehen was haben wir denn hier gleich wieder voll jetzt ja er war es mit zwei stück ich dachte jetzt ich kann jetzt gerade ich sterbe warte moment ich habe doch heilsäibe ich möchte hier und ich will sowas hier brauchen wir doch wenn wir ihn mal brauchen ja so haben wir denn noch haben wir denn noch zeit ja okay ich bin wieder voll aufgefüllt kein warm ist das wasser jetzt immer so hoch ich weiß es noch nicht unserem flohsee weil wir es los ist die ganze überschwemmt ja ja was hast du denn da schon wieder angestellt vor allen dingen du oh mein gott steht alles unter wasser ja ja das war mich ja ich bin gerade ein bisschen wütend so da 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 warum sind die wellen so hoch und wer ist eigentlich paul und was soll ist eigentlich mit carsten los ist hier gar nicht gut aus die wollen wir automatisch für land verwässert ja man steht nicht mal funktioniert manchmal nicht ja schlimm ich tue meine verbleibende planke hier rein genauso wie den sand so viel rüben war scheiße auf die rüben kann ja nicht nur rüben nehmen wir müssen kaputt essen wir sind deutsche wir essen kartoffeln wir leben kartoffeln wir sind kartoffeln ja auch mal sagen wir ja auch noch davon haben wir auch mehr zu schon wieder was ich habe wieder was gehört 6 vogel da wollte man wieder etwas honig ich bin eben die dinge so ich habe ein paar platziert so lernte ich meine ganzen blumen ja aber klar auf landst du sofort neue weil wir brauchen sie für die bienen ja gut da haben wir bio kraftstoff da rein um sagen wir müssen alle wieder zurück frisches wasser so jetzt noch ein bisschen unter wasser nachgucken aber nicht keiner übrig man kann ich vier klanken das sind noch steine und auch sand war alles mitnehmen so da mache ich mal folgendes und ton habe ich auch gefunden so dass ich mal kurz gucken wir machen hat so auf scheiße ich habe gar nicht gemerkt dass die absaufe hilfe da da oh gott ja muss ich mal drei jahren weg machen 1 2 3 1 2 3 wir waren konststoff und immer kunststoff also viele planken auch fast voll nein 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 das ist schon wieder passiert ich hab's gewählt du hast nichts gesehen 23 machen so naja hier ist noch eine riesen muss schon nehme ich mit genau dann machen wir hat kann man nie so mehrmals das geht sogar kupfer ich bin einfach um an oh mein gott danero sie nicht nur sie nicht ins licht was auch immer du tust du es nicht na guck mal du komm mal her ich vielleicht einen motor der ein bisschen leer ist wir sind schon wieder drüben ich habe ein paar steine gefunden erwarte mal ich tue die riesen muschel jetzt mal weg brauchen wir nicht nicht hey die call können wir damit rein platzieren in die presse ausgezeichnet das übrigens müllwürfel ich sehen so dahin platziert das ist für heavy metal musik was passiert hier ich denke so dahin platzieren oh nice noch mal zu und dann und dann ja 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 weiß was ich werde das jetzt erst mal reparieren mit dem wegen kunststoff dafür noch haben ja ich habe ein bisschen kunststoff verbar ich was sagen ein bisschen ja weg machen von unserem holz von unserem fluss so wir haben zumindest wieder einiges an metall waren also wir haben es gleich wieder 15 baut wird noch etwas und ich war aber aufnehmen ausgezeichnet dort haben auf denen sie schon alles abgesucht ich glaube ja dann können wir ja wieder weg aber da macht man in der nächsten folge nicht wie passiert außer hat mir wieder ein bisschen aufgestocken aber ja es muss ja manchmal seine total so aus dem konzept gemacht ja 14 mit toll waren ja wir haben gleich wieder 15 wenn also ich bin noch so also dann werden wir mal den part ja dann bis zum nächsten mal ciao ciao